Was machen Sie denn in einem Beauty-Center? Das ist wegen meiner Beine. Naja, nicht jeder kann so wohlgeformte Waden haben. Aber es ist doch nicht wegen der Form. Sondern? Mhm. Immerhin besser als kariert. Schade, dass ich so in Eile bin. Ich würde es ja gerne persönlich machen, aber ich glaube, Sie können sich selbst punktieren. Einen mache ich Ihnen schon mal vor. So, jetzt verteilen Sie die Punkte regelmäßig über den ganzen Körper und dann wird garantiert keiner mehr auf Ihre Beine schauen. Hier vorne geht's ja, aber wie komme ich da hinten ran?